Kathi und Mats Hummels halten trotz Trennung zusammen. Für ihren Sohn Ludwig. Für die beiden ist das Wichtigste, dass es dem Kleinen gut geht. Und deshalb verzichten sie auf Trennungsstreit. Weihnachten verbrachten Kathi und Ludwig zwar nur zu zweit in Dubai, aber jetzt ist auch der Papa hinterhergereist. Mit einem Post in ihrer Instagram-Story ist klar, dass Mats jetzt schon bei den beiden in Dubai ist. Sie zeigt darin, wie der 34-Jährige Händchenhalten mit Ludwig spazieren geht. Danach folgt ein Schnappschuss von Mats mit seinem Sohn im Arm, während Kathi in die Kamera lächelt. Es scheint also alles ziemlich harmonisch abzulaufen bei den Hummels. Im Sommer gaben die gebürtige Dachauerin und der Fußballspieler nach vielen Spekulationen bekannt, dass sie getrennt sind. Seit letzter Woche sind sie offiziell geschieden. Das teilte Kathi auf Instagram mit, als sie gegen ihren Ex-Ehemann Stichelt, der wohl ein paar Minuten zu spät zum eigenen Scheidungstermin kam. Nachtragend scheint die Unternehmerin aber nicht zu sein, wie diese Aufnahmen beweisen.